Die Ecke versus die Ecke, was die oberste angeht. Wir lassen die da oben jetzt mal ein bisschen ins Fighten. Zawc chillt die und wahrscheinlich alleine. Willst du Knockback Stick? Nö, ist mir egal. Ah, du hast schon einen. Perfekt, GG. Jungs, die Knockback Stick? Wait, ne, den brauch ich actually. Danke, Jungs. Warte, ich hab... Ich brauch noch ein paar mehr von denen, danke. So, jetzt könnt ihr einen haben. Alles klar. Wie machen wir das hier unten, Chat? Wie machen wir das hier unten? Das Brot? Ich schlag folgendes vor, okay? Wenn du jetzt drei Kills machst, wirst du auf die oberste Plattform TP... Hast du dir verdient. Okay, Bob, wenn du zwei Kills machst, wirst du auf die oberste Plattform TP... Okay? Mach! Oh mein Gott. Oh mein Gott.